Durch den Einsatz von METCO haben wir viele Bereiche einfach straffen können. Wir müssen keine großen Aktenberge mehr lagern. Wir haben alles zentral an einem Punkt. Es ist alles digital und wir werden damit immer transparenter. Die Vorteile von ASCO, von Assisted Coding, liegen darin, dass wir kaum noch mit Papierakten arbeiten müssen. Wir haben jetzt, nachdem wir alle Formulare eingebunden haben, alle Daten des Patienten mit Labor, Medikation, Eingriffe vor Ort in ASCO drin und können somit die Fälle viel schneller abschließen. Die fallbegleitende Codierung wird für uns jetzt eine große Zeitersparnis bringen, da wir die einzelnen Codierer auf die Station bringen, auf die um viel schneller die Patientenakten, vielleicht auch in Verbindung mit ASCO selbst, fertig zu stellen und wenn der Patient entlassen wird, dann den Fall abzuschließen, die Rechnung zu stellen und dass der Fall beendet ist.